Gelegentlich tut es gut, wenn die eigenen Mutmaßungen von einer Studie untermauert werden. Die Arbeiterkammer Tirol und der VKI haben herausgefunden, dass die private Pensionsvorsorge wenig sinnvoll ist. Das machen zwar schon Millionen von Österreicherinnen und Österreichern, weil ihnen versprochen wird, dass sie dann im Alter mehr Geld haben. Jetzt stellt sich heraus, dass nicht einmal die Inflation abgedeckt wird. Heute Vorsorgen, damit morgen mehr im Börsel ist. So oder so ähnlich wird in Beratungsgesprächen für die private Pensionsvorsorge geworben, also für Lebensversicherungen, Rentenversicherungen oder die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge. Laut Arbeiterkammer wird in vielen Gesprächen aber nicht dazu gesagt, was nach Abzug von Kosten und Steuern tatsächlich übrig bleibt für die Zukunftsvorsorge. Es sind die Kosten durchaus beträchtlich. Es fallen Abschlusskosten an, die Versicherungssteuer, Stückkosten, Verwaltungskosten, ein Unterjährigkeitszuschlag. Alles das wird von der Prämie vorher abgezogen. Und das natürlich bedeutet im Ergebnis, dass die effektive Verzinsung äußerst mager ist. Ein Beispiel der AK. Bei einer Rentenversicherung mit einer Prämie von 100 Euro werden oftmals, so die Arbeiterkammer, in den ersten fünf Jahren nur 70 Euro veranlagt. Über Jahre gerechnet würde das unterm Strich kaum mehr Zinsen bringen als bei einem normalen Sparbuch, wenn überhaupt. Dieser Vergleich hinkt, sagen die Versicherungsmakler. Vorsorgeprodukte wie zum Beispiel eine Lebensversicherung würden Zusatzleistungen bieten, etwa, dass im Todesfall die Erben finanziell abgesichert werden. Vielen Dank. Vielen Dank.